hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer zu einer neuen preview auf meinem kanal vom 15 spieltag und es ist köln gegen freiburg und der zwölfte trifft auf den 18 der allerdings natürlich wieder auf den 17 vorrücken kann 16 volles haus in der köln arena und es nieselt ein bisschen ein spiel der fokus vier tor in der letzten drei spielen cordoba der stürmer schlechthin bei den kölnern zur zeit neben muto osako hatte ich sorry ja und mal sehen ob die beiden auch wieder gut harmonieren auf jeden fall kommt hier erst mal meine ausstellung ich spiele mit den kölnern und ich habe horn ins tor gesetzt davor eine vier radwerk kette mit hektor heinz sorensen und olkowski das heißt drei von den vieren sind neu im mittelfeld risse höger bitten gut und rausch das ist neu in der starte und vorne drin wie schon angesprochen cordoba und osako bei den freiburgern sieht es so aus dass schwolo im tor ist davor eine fünfer abwehrkette mit stenzel neu kämpft zu hünschel günther und schuster im mittelfeld und zwei spieler franz und höfler und im sturm terrazzino niederlechner und habere wenn es euch gefällt könnt ihr gerne ein däumchen da lassen und jetzt wünsche ich euch viel spaß hier mit diesen highlights köln gegen freiburg köln stößt an und der ball rollt schon sie spielen von links nach rechts in den rot weißen trikots und wollen hier natürlich richtung europäische plätze ja gucken und auch zu spielen aber erst mal ein grobes foul an niederlechner von köln da wird es auch noch gelb ja so ist es gelbe karte für dominik heinz den innen verteidiger der kölner somit einer von den beiden gelb vorbelastet hier aber wegen so einem foul kann man ruhig auch mal gelb zeigen denn das war schon ein bisschen härter und da ist terrazzino terrazzino frei vor und da ist das 1 0 für den außenseiter in der 26 minute was für ein schöner lupfer durch terrazzino der passt natürlich von niederlechner auch optimal und dann können wir uns hier nochmal in verschiedenen perspektiven diesen lupfer sehen vor allem relativ weit draußen schon also es sind mal locker 17 17 halb meter lupfer das ist nicht schlecht vom kleinen terrazzino ja und das war sein zweites saison tor jetzt bin ich mal spannend was köln macht denn wir müssen jetzt hier natürlich was zeigen bisher kann man noch nicht so wirklich viel rum keine einzige chance nur ein foul und ein drittel haben wir ja schon um osako 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 den hämmert er aber auch knallhart rein das hat ihm jetzt mal gereicht hier dieses rumgeplänkel von der eigenen mannschaft stadion komplett still das ist alles vergessen denn jetzt geht's aufwärts für köln und den fans durch sein tor den wollte aber auch genau da oben drin haben kurze täuschung noch und dann knallt er den rein schwolo würde ich mal sagen ohne na vielleicht doch also wenn man überlegt dieser der eigentlich stand und den hätte haben können aber so ist es halt wenn osako hier antritt und sein achtes saison tor macht es geht weiter köln ist jetzt wach super auf risse risse schießt risse tor das kann er 32 minute und jetzt geht es hier richtig ab die tore werden ja immer besser terrazzino erst mit diesem lupfer und jetzt risse mit diesem knallharten rechts schuss den senster aber da oben wieder rein und er dreht sich auch noch wunderbar da ins linkere obere eck und risse ist bekannt für seine guten schüsse er macht sein zweites saison tor und das war ja mal richtig schön anzusehen 44 minute bitten kurt auf kordoba osako osako aber der geht deutlich und schwach am tor vorbei köln ist auf jeden fall jetzt hier die mannschaft die es will weiter noch ein tor zu schießen wieder osako aber wir sind schon über die nachspielzeit der ersten halte darum höger noch mal wird flankt da ist kordoba kordoba 3 1 und es gibt den essens jubel ich interpretiert ist jedenfalls so dass vielleicht spaghetti angerührt werden oder eine soße auf jeden fall hatte dann natürlich auch ein bisschen glück kordoba der schwodo den nicht komplett halten kann sondern nur ungünstiges eigene tor noch lenkt und ist jetzt hier vor der pause das spiel schon entschieden sehnte saison tor für kordoba das werden wir auf jeden fall in der zweiten halbzeit dann noch erfahren ich denke mal jetzt wirklich nicht mehr viel gespielt in der es ist halbzeit und die spieler dürfen in die pause gehen in die kabine zum halbzeit tee drei tore auf der kölner seite ein tor auf der freiburger seite aber wir haben schon zwei sehr sehr schöne tore gesehen von terrazino und risse das sind die informationen der ersten halbzeit also köln schon deutlich überlegen in allen sachen eigentlich und somit auch eine verdiente führung allerdings 3 1 ist vielleicht ein bisschen hoch es ist halt fußball sowas passiert dann auch und mal sehen wie das freiburg hier das in der zweiten halbzeit anpackt denn ich kann mir das schon vorstellen dass jetzt für diese verunsicherte mannschaft schon relativ schwer wird sie haben auf jeden fall einmal gewechselt in jowski kommt für stenzel in der halbzeit und jetzt haben wir den ersten wechsel der zweiten wechsel rave kommt für terrazino ja nochmal ein stürmer eichen positionskontreihe wechsel ich sagen und da ist schon der neue und wird gelegt von söhren sind das könnte jetzt bitter werden für köln denn der hat schon geld gibt es die gelb rote karte in der 60 minuten das ist die frage und ja es geht nicht glatt rot ne gelb rot ok er hat auf jeden fall die rote karte gezogen gelb rot ist es ist nicht verletzt aber warum geht söhren sind auch nach so einer aktion dahin ist er selber schuld und wir sehen hier auch gleich im wechsel günther geht linhardt kommt auf dem platz und wir haben noch 15 minuten hier jojic kommt für risse applaus für seinen einsatz und vor allem auch sein tor und ja mal sehen ob da überhaupt noch was passiert clemens kommt auch noch für rausch also köln wechselt hier komplett ist durch ich denke mal auch wegen der roten karte damit noch mal ein paar frische spieler auf dem platz sind und den fehlenden spieler ausgleichen kann cordova der eine torschütze geht auch noch runter dafür kommt zoller das ist sogar ein bisschen deffen lieber hier und wir sind ja 83 minuten da ist osako osako da ist jojic jojic schießt jojic trifft 4 1 84 minute jojic macht hier endgültig klar das spiel geht an köln und wie viel platz hatten da jojic der bitte überhaupt nicht bedrängt ich denke mal weil freiburg hier natürlich auch total offensiv spielt denn sie wollten eigentlich hier noch rankommen ans unentschieden vielleicht sogar hat nicht geklappt und jetzt steht sie einfach mal 4 zu 1 vierte saison für jojic dann wird es ja nicht häufig spielt ist es nicht schlecht und sie geht sogar noch weiter sind schon in der nachspielzeit der 90 minuten dann von köln mit hektor zoller das franz und das spiel ist aus das spiel ist aus und köln gewinnt es also das heißt die gucken weiter nach oben und ich für die freiburger wird es ganz bitte denn sie sind nach diesem spieltag hier tabellenletzter rote laterne heißt es für sie und dann muss man sich natürlich auch bei den freiburgern mal ein paar gedanken machen hannover hat ja irgendwie geschafft jetzt zu punkten und freiburg hat halt nicht geschafft somit sind der letzte aber dazu kommen wir noch vier tor auf der seite von köln eins von freiburg fünf tore es war eigentlich schon ein komisches spiel denn beide mannschaften haben nicht so viel hingekriegt aber es ist eine deutliche führen gewesen und 3 1 wäre es verdient gewesen finde ich die alles ein bisschen zu hoch für die statistiken hier in der tabelle sieht es ja so aus dass köln elfter ist also ein platz hoch gesprungen ist an bremen vorbei und für freiburg wie gesagt bedeutet es des tabellen schlusslicht sein zu müssen mit zwei punkten abstatt auf platz 17 auf hannover das kann ich natürlich auch dann wieder drehen ja wie geht es in echt aus zu spielen das sind natürlich ganz andere voraussetzungen tabellarisch und auch von der motivation zur zeit köln ja sehr schlecht gestartet und überhaupt in der ganzen saison bisher nicht so wie man sie kennt aus der vorherigen saison deswegen sage ich mal das gibt ein 1 1 freiburg holt sich in köln punkt und ja was denkt ihr wie geht dieses spiel aus könnt gerne mal in die kommentare schreiben denn da hat es wieder so ein spiel es könnte auch 0 0 sein das wird auch ein 3 3 werden also man weiß halt nicht denn auf beiden seiten sind ja gewisse gute spiele unterwegs zum beispiel auch bei freiburg und petersen den haben wir je gar nicht gesehen heute in der preview der ist ja auch immer für ein gutes tor zuständig ja könnt ihr gerne mal reinschreiben und wenn es euch gefallen hat gerne ein däumchen da lassen kanal noch abonnieren falls du nicht gemacht hat außerdem die glocke noch drücken dann verpasst ihr auch nichts mehr wenn ich was hochlade genauso könnt mir gerne auf twitter folgen da heiße ich jetzt die formaten bis unsere martin tv der findet mir schon denn ihr kennt mein logo dann und da könnt ihr mir ja gerne auf folgen da wachsen auch ein bisschen dann noch ja und entweder sehen wir uns auf twitter oder im nächsten video bis dahin sage ich tschau bleibt sportlich und tschüss die kosten und dann